Ich nehm mal das hier Ah ne, brauch ich aber noch ne andere Hose dazu Und andere Schuhe Das sieht schön aus Ja, können Sie mir da mal bitte weiterhelfen Also welche Hose würden Sie denn zu dem Outfit hier Zu dem Oberteil empfehlen Ne kurze Moment, so eine Die, ja, das sieht super aus Denken Sie, das würde der Dame Denken Sie, das würde der Dame da vorne auch gefallen Gefällt der auf jeden Fall Okay, mach ich Vielen Dank Bitteschön Guck mal Geht das, wenn ich so rumlaufe? Ja, das passt Okay Aber dann brauchst du die Stiefel, die so nach oben gehen Warte mal, ich guck mal nach Meinst du die hier? Ja Ich hab, glaube ich, vier Paar Ich hab so dunkelrote, schwarze und braune Okay Ja, aber Schuhe wollte ich sowieso noch mal andere gucken Ne, ich, äh, wollte jetzt mal schauen Wegen einer anderen Hose Also eine Hose, die hier zu passt Ich hab da, ich hab da keine Was, was, was denkst du da hier Die Hose Was hältst du davon? Hm Probier mal Ne schwarze an oder so Und dann nimm mal so Also die Stiefel mit schwarz So? Ja Scheiße, ist eher so ein Crossdresser Oder Ich glaub auch Crossdresser, ja Das Vocal als Crossdresser Ja Das ist er Kannst du mich hören oder nicht? Ja, war alles Hallo Da ist Streamlabs, wunderbar Jetzt können wir gucken Auf den Kommentar Ne? Oh What the fuck? Oh no, da bin ich viel zu weit Nice Und dann steht auch noch die Polizei hier daneben Interessant Schön gut sagt er ja NANI OWA TAKUBI NEKI ZEBU Guten Abend What the fuck? No way Ist der Helikopter gerade Hat er gerade sein Helikopter abgeschleppt? Und jetzt Hä? Der hat bereits jetzt weiter gefahren Ja, richtig Hat er gerade sein Helikopter abgeschleppt? Oder ist der Helikopter einfach so verschwunden? Hat er gerade so lustig Ja, muss er sehen, wenn man nicht an ist Ja Vor allem das gerade Ich übe dann schon ein bisschen an Benita Oh Und jetzt Und dann ini